Ein Fordeco Sport ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem großen weißen, fünf thürigen, SUV Platz. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Bordcomputer, elektrischer Seitenspiegel, Dachrailing, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des sparsamen Benziners überträgt eine Leistung von 125 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 17.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Pläner Preis. Spannend lassen. Der Marktgült her. Absolut. Untertitelung des ZDF, 2020